Zum achten Mal lädt die Schützengilde Dessau am Samstag zum Tag der offenen Türen den Tiergarten. Neben diversen Wettkämpfen für jedermann präsentiert sich auch das hochfürstliche Jägerkur Anhalt Dessau. Zum Appell der Schützengilde mit Festansprache und Königsproklamation hat sich auch Oberbürgermeister Peter Kuras und Innenminister Stahlknecht angekündigt. Zur Verpflegung gibt es neben Kaffee und Kuchen auch Wildschwein und anderes Grillgut. Zum Vereinsschützenfest wird auch die erste Stadtmeisterschaft im Gummistiefel Weitwurf ausgetragen. Aus einer Männertagslaune herausgeboren soll am Samstag der beste Gummistiefel-Weitwerfer der Doppelstadt gekürt werden. Das heißt, wir haben einen Gummistiefel, wir normen den nicht, wir machen unsere eigenen Normen und werfen mit ihm in Mitdrehung oder aus dem Stand so weit wie möglich ist. Also die Technik ist jedem selber überlassen. Was sich beim ersten Mal wie eine Spaßveranstaltung anhört, hat auf deutscher und internationaler Ebene längst Anerkennung gefunden. Ja, es gibt einen deutschen Gummistiefelverband, der hat sich einem Weltverband angeschlossen, der unter Herrschaft der Finnen fungiert. Und dort besteht der Weltrekord bei den Männern bei 68 Meter. So weit muss am Samstag ab 11 Uhr keiner werfen, es sei denn er oder sie kann es. Voraussetzung für die Teilnahme ist Volljährigkeit, für die Besten gibt es dann Pokale, Medaillen und Urkunden. Ja, wir fangen um 11 Uhr an und richten uns nach der Teilnehmeranzahl und werden das ca. 15, 16 Uhr beenden, das Gummistiefel werfen. Der Tag der offenen Tür der Schützen gilt es da noch längst nicht beendet. Für 17.30 Uhr sind hier die Siegerehrungen der Schießwettkämpfe vorgesehen. Dreherrn